So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. So viel zu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Halbzeit. 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 Nur noch einer. 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 Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Bess. Oh. Was ist das? Ich bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt es auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja, wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist ja, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche. Du dämliche scheißkack Drecksmaschine. Ach, komm schon. Komm, Bess, na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße. Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess. Abschauen! Hey, Edwards. Sie steht drauf wie du fluchst, Junge. Alles klar, Edwards. Der Treffpunkt liegt hinter diesen... ...dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Linke Flanke. Er wollte eine Panzerfahrt in das Dorf ein. Sachte, Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Hassen wir dich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Hier ist der Finch. Distanz stimmt. Das war's, Edwards. 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 Drückt weiter. Sieh da, ich bin der Deckung nah. Bleib mal den Kleinen da dran. Der hat gesessen. Versuche, hinter sie zu kommen. Da ist die Panzerung schwächer. Wir haben den kleinen Bastard! Tag ihm noch eine rein! Wir haben in ein Westen-Nest gestochen, Jungs! Rögt zu! Nein! Wenn wir das machen... Bring mich zum nächsten, Edwards! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt! Ja, wir sind jetzt! Wir werden jetzt hier! Wir werden jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Sie dürfen nicht in Reichweite kommen. Haltet uns in Bewegung, eine Möge. Ich bin vorbereitet mit uns ran. Bats will einen Kahn. Wer sollte sie aufhalten? Wer hat die Lichterung? Hier! Schlag auf! Schiff, hier sind die Kuhde. Schiff, höchst nicht vor dir. Ach es! Grapp! Geht! 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 Perfekte Distanz! Wir könnten es tatsächlich schaffen! Geht! 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 Auf der anderen Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot! Wir wollen zu der Hauptstraße, direkt dahinter! Schnell! Wir geben die Deckung! Geht! 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 Das ist ein Sammelpunkt! Sie wollen komplett zurückerobern! Also fahren wir direkt durch! Und dann? Überlassen wir Ihnen die Überraschung am Trepppunkt! Du, irgendwann! Wie lautet denn der Plan? Wir haben die Initiative! Wenn wir Sie hier hart und schnell treffen, könnten wir wirklich was bewegen! Alles gut! Alles gut! Ziehen wir es durch! Bleibt in Bewegung! Verwirft Sie und hoff darauf, dass Sie nicht merken, dass wir ganz allein sind! Geht! Nehmt das, ihr Mistkerle! Bleibt bei ihm dran! Bleibt dran! Nehmt das, ihr Mistkerle! Geht! Ich sehe es! Machen Sie sie fertig! Woah! Ja! Panzer erledigt! Ja! Noch können wir uns nicht zurücklehden! Feuer! Scheiße! Ich will, dass ihr alle deutschen Panzer zerstören! Ich will, dass ihr alle deutschen Panzer zerstören! Ja! Ja! Geht! Ja! Und dann die Flickser zerstören! Ach vor, hole doch! Weil dann die Flickser zerstören zu können! Kör oh! Ach vor, kein Bergessen! Macht die Ton vor! Ich geb dir Deckung! Achtet auf Panzer! Wir haben Verlust! Leichter Panzer gesichtet! Ha! Jetzt sind sie nicht mehr so hart! Was? Ganz ruhig! Bleib konzentriert! Stütz! Abonnieren! Abonnieren! Am I los, Jungs? Er hat Rapper, Merkmanners! Infanterie, schießt sie ab! Die KM, geh drüber! Alles okay, fahr weiter! Die KM, geh drüber! Wie gefällt dir das, Fritz? Perfekt! Feindliche Gruppe nähert sich! Wir sollten möglichst schnell nach Combray fahren, direkt die Hauptstraße entlang! Aber genau von dort werden sie kommen! Edward, finde eine Position, an der wir sie erwarten können! Die KM, geh drüber! Die KM, geh drüber! Die KM, geh drüber! Die KM, geh drüber! Die KM mit dem leichten Panzer! Genau so, McManus! Sehr gut! Die KM, geh drüber! Die KM, geh drüber! Die KM, geh drüber! Verwenden mal aus! Einmal aus! Nehmen Sie die Geräusche! Los, eigentlich! Nehmen Sie das, du mieser Jerry! Verpass' ihn noch eine! Wir müssen dieses Zugdepot verteidigen, Jungs! Kommen und Hulle! Was ist das? Feuertreffer! Ich seh dich, Arschloch! Rät, ihr Cherry-Bastarde! Machen Sie den Mistkall fertig! Guter Schuss! Das war's! Gute Arbeit, McManus! Der Gegenangriff war lange nicht so hart, wie er hätte sein können. Da kommen noch mehr! Dann verschatzen wir uns hier und kämpfen! Dann sollt Bess mal machen, was ihr am besten kann! Eine Rolle in der Festung! Bring mich in Position! Was? Achtet auf die Sichtlinie! Sehr gut, sehr gut! Weiter so! Wir bleiben wo wir sind! Ziel ausgeschaltet! F.T. noch fahrtüchtig! Guter Schuss, McManus! Guter Schuss, McManus! saubere Schuss! Das war's! Guter Arbeit, McManus! Gute Arbeit! Vorsichtig bleiben! Das war's für heute. Verdammt guter Treffer! Brenn, du Bastard! Wir haben's geschafft, Jungs! Du hast es geschafft! Nächster Halt, komm! Edward! Bewegung! Bildet ihr nicht ein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst! Mir geht's gut, aber so viel Spaß macht mich müde! Los jetzt! Du hast es geschafft! Attelaue! Fahr! Fahr! Sorry, Beth. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Und? Was machen wir jetzt? Fahrer. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen.